In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Halbebenen, Viertel-Ebenen oder die Flächen von Parallelgrammen und Dreiecken mit Hilfe der Parametergleichung einer Ebene beschreiben kann. Zugegeben, es gibt leichtere Themen als diese. Und aus diesem Grund fangen wir an mit ein paar unbedingt notwendigen Grundlagen, die ihr noch in Erinnerung haben solltet, bevor wir zu eigentlichem Thema gehen. Am wichtigsten ist natürlich die Parametergleichung einer Ebene, die ihr hier auch abgebildet seht. Und wir versuchen uns jetzt als erstes an den Aufbau dieser Parametergleichung zu erinnern. Für den Anfang nehmen wir diesen Kleinvektor p. Das ist der sogenannte Stützvektor. Und wenn wir uns diesen Stützvektor jetzt im Raum vorstellen wollen, auf der rechten Seite, dann wählen wir erstmal ein Punkt p. Und wenn wir dann von irgendeinem Koordinatenursprung zu diesem Punkt p ein Verbindungsvektor oder ein Ortsvektor bilden, ist das unser Stützvektor klein p. Man kann es natürlich auch als op bezeichnen. Die zwei Richtungsvektoren u und v kann man auch als Spannvektoren bezeichnen, weil sie sozusagen die Ebene aufspannen. Also, in unserer Abbildung rechts, angefangen Punkt p, können wir uns zwei Vektoren vorstellen, die diese Ebene aufspannen. Die Ebene selbst können wir uns dann vereinfacht auch so vorstellen, als eine Art Parallogramm, das von den zwei Vektoren u und v aufgespannt wird. Was wir natürlich gerade angeschaut haben, ist bittlich gesehen eine sehr vereinfachte Darstellung für eine Ebene. Deshalb stellt sich die Frage, wie groß eigentlich eine Ebene ist. Naja, alle Ebenen sind eigentlich unendlich groß. Das heißt, wenn wir unsere vereinfachte Darstellung von vorher nehmen und das irgendwie so erweitern wollen, dass es unendlich groß aussieht, dann könnten wir eventuell das Ganze so aufstellen. Das heißt, in alle Richtungen breitet sich die Ebene ins Unendlichen. Und wenn eine unendlich große Ebene vereinfacht so aussieht, wie hier abgebildet, dann können wir uns auch problemlos vorstellen, wie Halbebenen aussehen. Zum Beispiel so, oder so, oder so, oder so. Und eine Viertelebene ist genauso einfach vorzustellen. Zum Beispiel, das hier wäre eine vierte Ebene, oder das hier, oder das hier, oder das hier. Und was wir wirklich mitnehmen müssen aus dieser ganzen Abbildung, ist die Tatsache, dass die Begrenzungen der Halb- und Viertelebenen immer von den Spannvektoren der Parameterform abhängen. Ich hoffe an dieser Stelle, dass sich jeder von euch jetzt eine Ebene, eine Halb-Ebene, beziehungsweise eine Viertelebene vorstellen kann. Allerdings müssen wir diese geometrische Gebilde jetzt auch irgendwie mit Zahlen festhalten. Und deshalb müssen wir uns eine weitere Eigenschaft dieser Parametergleichung anschauen. Also, das ist die bereits kennengelernte Parametergleichung und die Ebene könnten wir uns vereinfacht so vorstellen. Was wir jetzt noch nicht geklärt haben bei dieser Parametergleichung, ist die Bedeutung dieser zwei Parameter, T und S. Weil genau diese Parameter, T und S, sind der Schlüssel zu dieser Begrenzung, die wir gerade erwähnt haben. Um euch das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Stellt euch vor, dass diese Ebene, die rechts abgebildet ist, nicht mehr unendlich groß ist, sondern genauso groß wie dieser grüne Parallogramm ist. Oder anders gesagt, wir legen jetzt ein Parallogramm fest durch die Punkte P, Q, R und S. Unser Ziel wird jetzt sein, für T und S die passenden Werte zu finden, so dass wir genau diese vier Punkte festlegen und damit auch die Größe des Parallogramms im Raum. Fangen wir doch mit dem einfachsten Punkt an, und zwar mit Punkt P. Hier verrate ich euch die Parameterwerte. T ist 0 und S ist 0. Weil das sehr einfach nachzuvollziehen ist. Wenn ihr jetzt auf eure Parametergleichung hier oben schaut und für T und für S 0 einsetzt, dann verschwindet dieses ganze hintere Teil und da bleibt ja nur noch klein p übrig. Also damit der Punkt P. Also halten wir kurz fest, für T gleich 0 und S gleich 0 befinden wir uns genau im Punkt P. Fast genauso einfach sind auch die Parameterwerte für den Punkt Q. Von Punkt P aus geht hier einfach nur einmal den Vektor U nach rechts. In Richtung des Vektors V geht man gar nicht. Und weil man einmal Vektor U nach rechts geht, dann ist T gleich 1, weil T der Parameter vor dem Vektor U ist. Und S ist 0, weil wir uns gar nicht in V-Richtung bewegen. Halten wir auch das hier kurz unten links fest. Also für T gleich 1 und S gleich 0 befinden wir uns im Punkt Q. Genauso ähnlich funktioniert das auch mit dem Punkt S. Also von P aus gehen wir gar nicht in U-Richtung, sondern nur einmal in V-Richtung. Und deswegen sind die Parameterwerte für S T gleich 0 und S gleich 1. Das habe ich jetzt auch noch hier unten nochmal angedeutet. Und unser letzter Punkt ist R. Um in R zu gelangen, wieder ausgehend von P, gehen wir einmal in Richtung des Vektors U und von dort aus, also vom Punkt Q vereinfacht gesehen, noch einmal in Richtung des Vektors V. Und das bedeutet, die Parameterwerte für R sind T gleich 1 und S gleich 1. Und jetzt können wir endlich eine Schlussfolgerung für unser Parallelogramm ziehen. Also das ist die Figur, die wir vorher hatten und bei den Eckpunkten noch die Parameterwerte, die wir gerade herausgefunden haben. Und wenn ihr diese Parameterwerte genau anschaut, dann seht ihr, minimaler Wert für T und für S ist 0 und maximaler Wert ist jeweils 1. Deshalb können wir sagen, für T zwischen 0 und 1 und S zwischen 0 und 1 haben wir nur Punkte innerhalb eines Parallelogramms. Und ich habe hinten noch geschrieben, inklusiv Ränder. Das bedeutet, wegen den Gleichzeichen bei den Begrenzungen sind die Ränder des Parallelogramms dabei in dieser Punktemenge. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle, das ist nicht die einzige Art und Weise, wie man diese Begrenzung für die Parameter darstellen kann. Man kann es auch intervallweise machen, wie hier unten noch von mir als alternative Schreibweise angedeutet. Also man liest das T-Element von 0 bis 1 und S-Element von 0 bis 1. Das bedeutet, alle Zahlen zwischen 0 und 1, wobei 0 und 1 natürlich als Werte in dieser Intervalle dabei sind. Da wir jetzt bereits wissen, wie wir ein Parallelogramm festlegen, ist es sehr einfach nachzuvollziehen, wie man eine Viertelebene festlegt. Wir fangen mit unserer Figur von vorher an und wie wir sind bei einer Parametergleichung für die Parameterwerte für T 0 und für S ebenfalls 0, befinden wir uns Punkt P. Im Vergleich zu diesem Parallelogramm ist natürlich eine Viertelebene unendlich groß. Und das bedeutet, dass wir vom Punkt P aus nach rechts gesehen unendlich oft diesen Vektor U uns vorstellen können. Deshalb der passende Parameter T läuft dann sozusagen gegen unendlich und S ist 0. Der Grund, wieso S 0 ist, ist ja klar. Hoffentlich, wir bewegen uns gar nicht in V-Richtung. Genau andersrum ist es bei dem Vektor V. Da werden wir den Parameter S unendlich oft haben und T ist 0, weil wir uns nicht in U-Richtung bewegen. Also, schlussfolgernd können wir dann sagen, dass T und S einfach nur größer gleich 0 sind, weil die Werte bei 0 anfangen und jeweils gegen unendlich laufen. Oder alternativ kann man das Ganze auch so schreiben, T und S Element von R0+. Kurze Erklärung zu dieser Schreibweise. R steht für die Menge der reellen Zahlen. Plus bedeutet, wir betrachten oder wir brauchen nur die positiven Zahlen und die 0 unten sagt, dass die 0, also die Zahl 0, auch als Wert dabei ist. Noch ein Beispiel für eine Viertelebene ist, glaube ich, an dieser Stelle gar nicht mal so verkehrt. Wir wollen diesmal durch Parameterwerte dieser Viertelebene festlegen. Wir fangen natürlich wieder in Punkt P an, mit T gleich 0 und S gleich 0 und betrachten erstmal die Viertelebene nach links, also die Gegenrichtung vom Vektor U. Da werden wir diesen Parameterwert T unendlich oft haben, aber weil wir nach links gehen, deshalb sagen wir T läuft gegen minusunendlich und S ist natürlich 0. Nach oben ändert sich im Vergleich zu dem vorherigen Beispiel eigentlich gar nichts. T ist 0 und S läuft gegenunendlich. Also, daraus können wir Schlussfolgen, dass T kleiner gleich 0 ist, also damit decken wir alle Parameterwerte für T von minusunendlich bis 0 und S natürlich größer gleich 0 sein muss. Oder alternativ können wir das Ganze auch so darstellen. Als nächstes kümmern wir uns natürlich um die Halbebenen. Wir fangen wieder mit unserer bekannten Standardfigur an und zum Beispiel die Halbebene, die wir jetzt festlegen wollten durch Parameterwerte, ist die hier. Also, in P haben wir wieder für T 0 und für S 0. Erstmal betrachten wir das Ganze nach rechts. Nach rechts geht natürlich oder ist die Ebene unendlich groß in U-Richtung. Deshalb können wir wieder sagen, nach rechts geht T gegen unendlich und S ist 0. Wenn wir das Ganze jetzt nach links betrachten, dann läuft natürlich T gegen minusunendlich und S ist immer noch 0 und nach oben, genauso wie vorher, ist T 0 und S läuft gegen unendlich. Also, wenn wir das Ganze festhalten, sieht dann so aus. Für T Element von R, das bedeutet, T kann alle Parameterwerte von minus bis plusunendlich annehmen und S größer gleich 0. Also, S nimmt nur positive Werte an, inklusive 0. Oder alternativ hätten wir auch eine Halbebene bei dieser Schreibweise. Also, T Element von R und S Element von R 0+. Und zum Schluss mit Sicherheit die interessanteste Sache in diesem Tutorial. Und zwar, wie können wir aus allen dieser Informationen, die wir bis jetzt gesammelt haben, richtige Parameterwerte finden, mit denen wir ein Dreieck im Raum begrenzen können. Naja, wir fangen wieder mit unserem Parallelogramm an. Und hier kennen wir schon die passenden Parameterwerte, die ich hier nochmal zur Erinnerung eingeblendet habe. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Und zwar, jeder Dreieck auf dieser Welt ist die Hälfte von einem Parallelogramm, so wie hier mit blau dargestellt. Wenn wir jetzt die Eckpunkte dieses Dreiecks betrachten, damit meine ich die Punkte P, Q und S, dann merkt man bei den Parameterwerte, dass sich im Vergleich zu dem Parallelogramm vorher nichts ändert. Das heißt, T und S nehmen Werte zwischen 0 und 1. Also, das können wir mal genauso wie vorher festhalten. Allerdings reichen diese Einschränkungen nicht ein, um das Dreieck zu begrenzen. Deshalb müssen wir uns noch ein bisschen sorgen um diese Kante hier SQ machen. Wir dürfen sie nicht überschreiten. Und deswegen nehmen wir jetzt in der Mitte dieser Kante einfach ein Punkt A und versuchen zu überlegen, welche Parameterwerte wir für diesen Punkt A haben könnten. Naja, um von P nach A zu gelangen, muss man einfach zuerst die Hälfte des Vektors U gehen. Also ungefähr hier schätze ich die Hälfte von U. Und, also wir können es auch hier schreiben, das ist 0,5 von diesem Vektor U. Und außerdem müssen wir nochmal dieses Stück hier gehen. Das ist dann genau die Hälfte von dem Vektor V. Also das wäre 0,5 V. Und das bedeutet, die passenden Parameterwerte wären jeweils 0,5. Also T ist 0,5 und S wäre dann 0,5. Wenn wir jetzt noch weitere Punkte auf dieser Kante SQ nehmen, zum Beispiel hier im Punkt B. Auch wenn wir jetzt keinen genauen Maßstab haben, könnten wir sagen, bis hier zu dieser Stelle gehen wir 0,8 von diesem Vektor U weit, oder 80% vom ganzen weit. Und das würde bedeuten, dass dieser kleine Stück dann automatisch 0,2 vom Vektor V ist. Also die passenden Parameterwerte wären dann 0,8 und für S natürlich 0,2. Und die Schlussfolgerung ist, egal wie viele Punkte wir auf dieser Kante SQ nehmen würden, würden wir merken, dass die Summe der beiden Parameter niemals 1 überschreitet. Also hier oben bei A haben wir 0,5 plus 0,5 ist 1. Unten bei B haben wir 0,8 plus 0,2 ist 1 und so weiter. Egal wie viele Punkte wir auf dieser Kante SQ nehmen. Das heißt, die einschränkende Bedingung hier, die noch fehlt, ist die Tatsache, dass T plus S höchstens 1 sein muss. Wenn das noch erfüllt ist, dann haben wir diesen blauen Dreieck. Oder genauer gesagt, Punkte innerhalb dieses Dreiecks, inklusiv Renter. Eine alternative Schreibweise blende ich hier unten nochmal ein. Also T und S sind größer gleich 0 und T plus S ist kleiner gleich 1. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, wurden in diesem Tutorial hauptsächlich die Grundlagen besprochen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr euch auch noch die weiterführenden Aufgaben zu diesem Thema anschaut. Allerdings könnten in diesem Zusammenhang auch noch andere Themen Sinn machen, wie zum Beispiel das Umformen von Ebenen, entweder von Koordinaten in normalen Parameterformen oder andersrum von Parametern in normalen oder Koordinatenformen, sowie die Veranschaulichung von Ebenen und Koordinatsystemen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Das war ein called golf, ein Abo kosten das von Ebenen und TO einen Spaß und dann Vielen Dank.